Schlank ragen die zwei weiß gemauerten Minarette in den Himmel über dem Darmstädter Industriegebiet. Sie werfen nur wenig Schatten auf das flache Dach der Emir-Sultan-Moschee. Aber auch dieser Schattenwurf wurde einberechnet, als die Spezialisten vom Team Nur Energie den Vereinsmitgliedern den Bau einer Photovoltaikanlage für das Flachdach empfahlen. Seit Ende August ist die Anlage am Netz, erklärt der Wirtschaftsingenieur Saidi Nayyem. Das ist eine Anlage hier auf dem Dach, die besteht aus 41 Module. Dann sind wir am Ende ungefähr bei 9.800 Kilowattstunden im Jahr, Produktion von dieser Anlage, die wir auch in der Moschee und teilweise eigen verbrauchen. Und der größte Teil wird einfach eingespeist in das Netz. Die Emir-Sultan-Moschee in Darmstadt und eine weitere Moschee in Weinheim sind die ersten beiden muslimischen Gotteshäuser in Deutschland, die ihren Strombedarf mit Sonnenenergie selbst erzeugen. Beide Projekte wurden von der Gruppe Nur Energie initiiert. Die acht Wirtschaftsingenieure, Juristen, Architekten und Informatiker stammen aus Gaza und der Türkei, Afghanistan, Mauretanien und Marokko. Ihre gemeinsame Sprache ist Deutsch, ihre Religion der Islam und ihr Ziel, erneuerbare Energien zu fördern. Wir haben so gedacht, wir alle, die Ingenieure, also meine ich die Ingenieure, jetzt arbeiten in diesem Branche. Und wir wollen auch gern in diesem Land was verwirklichen, auch was jetzt Immigranten und mit muslimischen Integranten zu tun haben. Und wir haben gesagt, okay, unser Islam empfiehlt uns, dass wir mit unserer Umwelt behültsam umgehen. Warum sollen wir zuschauen? Weil sie ihr Know-how ehrenamtlich einbringen und die Anlage auch selber montieren, können die Moscheegemeinden 30 Prozent der Kosten für die Anlage sparen, erklärt Saeedi Nayyem. Auch für öffentliche Einrichtungen wie Kindergärten, aber auch für Kirchen und Synagogen bietet die Gruppe an, tätig zu werden. Bislang fielen muslimische Gemeinden und Verbände in Deutschland nicht durch ein besonderes Engagement für den Umweltschutz auf. Aber es gibt erste Ansätze. Die Gruppe Hima, eine Vereinigung muslimischer Studierender, setzt sich für die Verwendung von fair gehandelten und biologisch angebauten Lebensmitteln ein. Beim Naturschutzverein BUND gibt es eine türkischsprachige Umweltgruppe, die in Moscheen für ihr Anliegen wirbt. Auch islamische Theologen greifen das Thema auf. Dabei geht es um die Beziehung des Menschen zur Natur. Der muslimische Theologe Mohammed Nawid Johari vom Frankfurter Zentrum IIS, Islamische Informations- und Serviceleistungen, bezieht sich auf den Koran und die Überlieferungen und Zitate des Propheten Mohammed, also die Sunna und die Hadithen. Zunächst einmal kann der Umweltschutz also indirekt abgeleitet werden aus diesen Quellen, indem man sich auf die dort verankerten Prinzipien beruft, also Prinzipien der Gerechtigkeit, Prinzipien der Barmherzigkeit, der Güte. Prinzipien der Ausgewogenheit, dass es verboten ist, Ressourcen zu verschwenden, aber auch das Prinzip der Qualität. Und in dem Sinne würde ein Muslim, der seiner Religion aktiv und alltagsrelevant auslebt, aufgrund dieser Prinzipien allein schon aktiv im Umweltschutz sein. Während in den christlichen Kirchen Ende der 1970er Jahre eine breite Umweltbewegung entstand und unter anderem die Parteigründung der Grünen beförderte, fehlt in Deutschland eine enge Beziehung zwischen Islam und Umweltschutz. Mohammed Johari erklärt dies zum einen mit der Einwanderungsgeschichte von Muslimen, die meist als Flüchtlinge oder Gastarbeiter nach Deutschland kamen. Und zum anderen darf ich auch anmerken, dass Umweltschutz in einem gewissen Rahmen auch ein Luxus ist. Damit meine ich, dass in der muslimischen Welt oft andere Probleme mehr im Vordergrund stehen. Sei es jetzt Syrien, das Palästina-Problem, Hunger, Armut, Analphabetismus. Das sind Probleme, die Engagierte eher anlocken, weil sie direkter mit den Menschen zusammenhängen. Für die Moscheegemeinde in Darmstadt, die die Photovoltaikanlage installiert hat, war entscheidend, dass sich die Investition neben dem Beitrag zum Umweltschutz auch finanziell lohnt. Denn sie finanziert sich wie alle Moscheegemeinden aus Spenden. Ragib Yatsitsi, der stellvertretende Vereinsvorsitzende. Wir haben ja hier auch Aufenthaltsräume, wo tagsüber Rentner oder Schichtarbeiter tagsüber hier sind oder so. Und wir haben hier Unterrichtsräume. Und dadurch, dass, sag ich mal, den ganzen Tag hier immer wieder Zulauf ist und auch das ganze Haus geöffnet ist, gibt es halt viele Unkosten durch Strom. Und ich will jetzt nicht lügen, aber wir haben so Stromrechnungen, die liegen so bei 600 bis 700 Euro monatlich. Ein Drittel der Kosten will die Darmstädter Gemeinde durch die Anlage einsparen. Als nächstes steht ein Gespräch zu einem Erdwärmespeicher an. Ein weiterer Schritt in Richtung Ökomoschee.